Hallo, ich bin Lars und ich bin heute hier, um gegen die Ölbohrungen von Gazprom in der arktischen See zu protestieren. Es ist vollkommen unverantwortlich hier in diesem fast unberührten Naturgebiet solche Bohrungen anzustellen. Es ist technisch kaum möglich, einen Ölunfall hier wieder in den Griff zu kriegen. Es hätte weit schlimmere Folgen als sogar im Golf von Mexiko bei Deepwater Horizon. Außerdem wird das Öl, was hier gefördert werden soll, nur dazu führen, dass der Klimawandel weiter angeheizt wird. Und deshalb bin ich hier, um zu protestieren und zu fordern, dass wir stattdessen auf erneuerbare Energien setzen, dass die Firmen umdenken und mit erneuerbaren Energien das tun, was wir heute mit Öl tun, um damit die Arktis zu schützen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.